Musik 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 Der Mann, das war Würzberg, Mittelfand in 27.31.2 und auf dem dritten Platz, die Siegertanzer ist gewirnt in 27.59.0. Der Mann, das war Würzberg, Mittelfand in 29.27.8 und auf dem 5 war es alle Ehrpulseder des Gewirrnisses in 30.01.3. Der Mann, das war Würzberg. Der Mann, das war Würzberg. Der Mann, das war Würzberg, Mittelfand in 31.20.5 und auf dem 5 war es alle Ehrpulseder des Gewirrnisses in 31.20.5 und auf Rang 5. Der Christoph Jordan ist bei Heimenkirch in 34.11.5. Und das war Typhanie aus dem 5.21.5 und auf dem 5 war es alle Ehrpulseder des Gewirrnisses in 31.30.5 Cuz für Gentlemanin der Adrian von 13.00. Der Mann für alle Ehrpulseder des Gewirrnisses in 30.30.0 zu Ende. Der Mann, das war 1.21.3.1,3,3,436. So, dann weiter mit der Damen-Glass 1, hier sind die jungen Damen und hier ist die Bayerische Gemeister des Kranndorf über Bayern in 34,44,6 Rang 4, Johanna Steinberger, HSD München, 35,39,0 und auf Rang 5, Marina Strauss, SV Würzberg, Mittelfranken, 5,36,44,9 Schick die Mäu, du bist genauso lang wie dein Vater, das ist Wahnsinn durch Schick die Mäu, du bist so lang, ich habe ja schon viel von ihm Heißt, was du bist so lang und wie du dich zum einen so lang, ich habe ja schon eine Hochzeit aufgesagt, hey, ich weiß, die Töne und hergämme jetzt noch nicht so lang Oh, baby, only you I see. Feels like I'm going insane. And only you can save me. Feels like I'm drowning in oceans blue. Baby, come on, come on, baby, baby. Come on, let's go. I'm losing control, all the lights in this place. Keeps jumping around, all I see is your face. Now you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder, shoots me into space. And I can't deny how, how badly I need you now. You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now. To some place where there ain't no crowds. I want to get to know you right here and now. Come on, let's go. I want to see you. All right. I want to see you. Here we go. Vielen Dank.